Halli und hallo liebe Freunde, willkommen zurück hier im Spieleparadies. Mit mir ist Maxi. Wir sind genau da, wo das letzte Mal wir stehen geblieben waren. Und zwar sollten wir zurück wie Begleitin. Was ist denn hier los? Ich habe so das Gefühl, die sollten eigentlich auf dem Pferd sitzen. Aber da ist das Schiff gegangen. Ach, hier oben noch. Unterhalt. So, lass uns mal die Pfeile wiederholen. Wo ist sie denn? Ach, jetzt gehen die da hoch, oder was? Ach komm. Ich mache die hier alle platt und ihr rennt einfach weiter ohne mich. Und jetzt gehen die wieder zurück. Okay, also irgendwas habt ihr bei der Sequenz gerade wirklich nicht hin. Keine Ahnung. Die sind wahrscheinlich geflohen. Und ich habe hier gekämpft. Vor allem kommt das Pferd auch immer mit. Wir sind jetzt schon ein ganzes Stück gelaufen und hier ist nichts passiert. Oh, hier ist was. Jetzt ist der Obenpferd. Aber ich habe Angst, dass es nicht vorbei ist. Die wissen, dass ich noch leben kann. Hark! Kinktree-Enforcement! Ach komm! Wir sind jetzt weg. Pfff. Ach. Leute. Was soll das denn? Da haben die mich jetzt einfach in Ruhe, also dort unten gelassen. Ich habe mich kurz abgelenkt, weil da war jemand und da sind die ja einfach aufgesessen und weiter. Die ganze Zeit habe ich auf die gewartet, ne? Der ist zwar sehr merkwürdig. Aber wenigstens sind wir jetzt da. Ja, Hayal. Hab ich gar nicht. Wie sind, rabb. Kinktur. Ich bin Teil des Hauses. Ihr habt mich dazu geöffnet, Herr Mengen, Y'er. Überall die glücklichsten Wunschläge, die ich in England hatte. Ich wünsche, dass ich für dich auf diese Glückwünschläge mit guten Nachrichten könnte. Aber wir sind in der Mitte einer Kürze. Und noch ein ganzes Herz singt hoffen. ...at der Sight of you. You look good, Eifur. Strong. Healthy. My heart sings as well. It's good to see you again. Yours is a Poet's heart, I am told. What a mix of spirits you have. Movement on the walls! We must end this soon, before the weather changes. The whole of my clan would be here if you called them. No need. These men are flies for swatting. Even now, Drake V writes for Stonleyber. Should any picked escape, it will all be ended by this time tomorrow. Okay. So optimistic. As your Jarl for an age. And I have known and loved you all since you were babes. An easy burden to bear. Let's hope you fight better than you age, old friend. You're not slurring, Willy? Have you mislaid your ale? Today, you do not fight for me. Not for each other. Today, you fight for your children. Fight so that they may grow. So they may be good and just as you are. For them, today, we take back Ulkerthorpe. Tryggvee and Eivor have brought us arrows and oil to bring firelight to the Picts. To feed their traps. The first to signal from the top of that tower, their warchief's weapon in hand, drinks my mead for the month. Thorisbeard. It's good to see you, Willy. Oh, is it? Or have you come to snatch glory from my calloused hands? Right? We can snatch glory together? Unless you're too frightened to fight beside me. oh no this is a contest now to the top of that tower and the pick chief is the prize all time and new alike fight heminger sons bring victory today for tomorrow we feast okay die machen jetzt einen Wettkampf drauf oh na gucken wir an oh was wird das denn was soll das denn cool muss erstmal gucken wer gehört denn dazu oh na komm greif an greif an greif an fuchteln wo sind denn alle warten die dass ich das hier mach zack und schön oh god zack ich muss mal eben aber nicht verfügbar okay aber jetzt verfügbar oder ich sollte noch finden jetzt oder du logisch ich geh einfach mal hey was geht ethnicity und vielmehr angst Oh! Hier haben wir den Brenn, den Schwer. So, na dann kommen wir mal hin. Hm, okay. Das klappt nicht so ganz hier. Wow! Ey, hat der ein Messer gehabt, oder? Ist es meiner? Ja. Können wir schon damit. Ich würde hier gerne eine Falle stellen, für den Fall der Fälle. Oder ist der? Aha, haben wir uns. Wir gehen hier einfach mal rein. Hände aber keiner zu sein. Wo? Oder oben? Okay. Okay. Den hole ich. Okay, die Tür ist verschlossen. Logisch. Ach so, der wird auch mal rum und kein Gestank werden. Hätte ich gar nicht so mitbekommen. Ach, hey! Oh, nett, dass er mir die Tür gleich aufmacht. Oh! Den hab ich gar nicht mitbekommen gleich. Okay. Wo? Was hat der denn hier? Gift! Das kann ich ja leiden. Nein, dann erstmal Gift hier versprühen. Wie lange hält denn das noch an? Genau. Genau, war eine frische Luft. Ach, okay, bis ich mich heil. Oh, gut. So. Kämpft der etwa schon? Mal hoch. Was? Oh! Krass. Das ging ja leicht. Einfach so einen Schleich-Angriff gemacht. Er ist ein bisschen geblutet. Er ist ein bisschen geblutet. Sie glauben Sie. Sie lieben meine Sonne all die mehr. Aber er verliert die Hoffnung von unseren Danen. Und ich habe keine Zeit, um sie zu überzeugen. Sie sind sick. Und Sie akzeptieren. Unlike meine Sonne. Er macht mich immortal, weil er muss. Er will nicht, was ich will. Ich habe ihn. Was es Willi? Oder du, Heminger? Ich dachte, du würd kommen schneller, wenn es Willi's name ist. Ich brauche Ihre Wissen, Meifor. Ihre Discretion. Du hast es. Natürlich. Du hast es. Ich bin. Ich bin. Ich bin. Ich bin. Ich bin. Ja. We all, let us not burden ourselves with the All-Thing choice yet. Your sight is clear and your mind is sharp. Let that guide your thinking in the days to come. Willi departs for Kinderdownfall soon. Ride with him and talk like old friends made new. If I see any Valkyries lurking near by, I will send them away. I can fight them off a while longer. Okay, das heißt, wir müssen jetzt wirklich erstmal herausfinden, wer der neue Jarl werden soll. Wenn er nicht mehr ist. Du bist nun in der Feste. Ah ja, ich bin jetzt hier wirklich. So, danke. So schön. So, hier ist noch ein bisschen was versteckt, seht ihr das? Müssen wir doch gleich mal... Äh, hier geht's nicht weiter. Okay. Müssen wir trotzdem ran. So, da gibt's garantiert einen Weg. Mh, da war doch diese eine verschlossene Tür. Ich könnte mir vorstellen, dass die Schätze da dahinter sind. War ja auch so ein Vorsprung. Vielleicht hilft der uns weiter. Hier, der hier. Okay. Nicht. Wird der hier hinwärts nicht. Ein Stück runter, genau. So. Oh, hier ist was zum Lesen. Okay. So. Wie gesagt, wenn ihr lesen wollt, ihr kennt das bei mir. So. Die Bann haben wir. Müssen wir noch da runter. Okay, ich glaube, wir müssen von der Seite, müssten wir schießen. Ah, guck mal. Mal davon abgesehen, können wir hier zum Fenster rein. Ach komm. Und ich dachte, ich schieße jetzt hier die Tür auf. Egal. Leute, Buch des Wissens. Türstritt. Haben wir den schon mal? Nein. Cool. Jetzt können wir Leute treten. Haha. Wenn ich eine Drittwaffegegner zurückstöße. Irgendwie dabei gegen Hindernisse. Ah, cool. Okay. Damit haben wir jetzt hier erstmal die Schätze geschnappt. Und das nächste Mal reisen wir mit Willi. die wo auch immer wir hinreisen sollen. Haha. Ich habe ehrlich gesagt nicht so wirklich zugehört, wo da jetzt hin. Ach, Kinder. Kinder irgendwas. Kinderfall oder? Ja, keine Ahnung. Jedenfalls steht er da schon bereit. Und das nächste Mal gehen wir mit ihm mit. Vielen Dank fürs Zuschauen, Leute. Bis dahin. Macht's gut. Und. Tschü.